Könnt ihr das Problem auch? Ihr steigt aus dem Auto und die Gurte hängen durch, sodass ihr die Tür nicht zutrifft. Problem ist, die Gurte bleiben hängen und machen hier überall Macken rein. Der Lack geht ab und das ganze Auto rostet an dieser Stelle. Was soll man nun dagegen machen? Dafür gibt es eine simple und auch so einfache Lösung und zwar braucht man erstmal Silikonspray, was mir schon gerade auf dem Boden gefallen ist. Und zwar muss man da folgendes machen. So, ich ziehe den Gurt komplett raus, nehme meinen Silikonspray. Das ist einfaches Silikonspray, kann man auch bei Real, Lidl oder Aldi kaufen teilweise oder im Bauchhaus. Und dann sprühe ich den ganzen Gurt ein. Und zwar gehe ich da so vor. Der ganze Gurt wird eingesprüht, am besten von beiden Seiten. Was schön am Silikonspray ist, der hinterlässt keine Spuren, er macht die Klamotten nicht dreckig oder ähnliches. Wenn ich das eingesprüht habe, nehme ich einfach einen sauberen Lappen, ziehe das einmal hier so drüber. Wir sehen, ein bisschen Dreck hat er hier abgezogen. Und was macht der Gurt jetzt, wenn ich ihn loslasse. Er zieht wunderbar ein. Wir probieren es noch einmal. Der Gurt ist drin. Ist doch super, oder? Das gleiche mache ich noch auf der anderen Seite und genau das gleiche mache ich auch noch vorne. Hier ebenfalls das gleiche Problem. Der Gurt rollt zwar auf, aber nicht komplett. Wenn ich den einmal ganz rausziehe, dann hängt er so in der Gegend rum und würde sich nicht von selbst einräumen. Das gleiche mache ich hier. Ich schnappe mir meine Tube Silikonspray und sprühe das hier auf den Gurt drauf. Alles von beiden Seiten. Mit dem Lappen wird einmal abgeputzt, ich will es nach vorne gezogen. Was macht der Gurt jetzt? Wir müssen darauf aufpassen, dass er beim Einrollen nicht den Lack kaputt macht, weil er es so schnell wieder einrollt. Der TÜV würde in diesem Zustand sagen, der kriegt keinen TÜV, weil der Gurt nicht einrollt. Und nächstes Problem ist, wenn der Gurt nämlich hier so eingeklemmt wird, dann wird er beschädigt und dann gibt es auch keinen TÜV. Dabei ist die Lösung so simpel und so kostengünstig. Ja, ich hoffe, ich konnte euch dabei ein bisschen helfen, wie ihr euren Gurt wieder fit macht, dass er sich wieder anständig einrollt und nicht immer wieder das Theater habt, dass die Gurtschnalle hier hängen bleibt und Machen ins Auto reinmacht. Danke und bis demnächst, euer Schraubeer. Danke.